Hallo, heute sprechen wir über die mündliche Prüfung für die Industriemeister Basisqualifikationsprüfung. Die Frage ist, wie und wann darf eine mündliche Prüfung abgenommen werden? Und dazu vielleicht ein paar kleine allgemeine Ansätze. Erstens, das sind die Prüfungsfächer. Die Prüfungsfächer sind, und das kann man nachlesen, in der entsprechenden Prüfungsverordnung für die Industriemeister Metall, unter dem Paragrafen 4. Das steht irgendwo da, Paragraf 4 in der Prüfungsverordnung. Einmal ist es das rechtsbewusste Handeln, das schreiben wir gerne mal mit verschiedenen Farben hin. Erstens, rechtsbewusstes Handeln. Zweitens, betriebswirtschaftliches Handeln, BWH. Drittens, MIKP, Methoden der Information, Kommunikation und Planung heißt das Ganze. Und viertens, ist CIP, hätte ich fast übersprungen, CIP, CIB, Zusammenarbeit im Betrieb. Und fünftens, das heißt geliebte Fach NTG, Naturwissenschaftliche und Technische Gesetzmäßigkeiten. Diese fünf Prüfungen können abgelegt werden, oder besser gesagt müssen abgelegt werden, um die entsprechende fachrichtungsübergreifende Basisqualifikation, so heißt der ganze Krempel, entsprechend abgearbeitet zu werden. Jetzt kommen wir zu der entsprechenden Variantenvielfalt hinsichtlich des Bestehens. Also, wann habt ihr ein Recht auf eine Ergänzungsprüfung? Das ist das Ganze. Die Ergänzungsprüfung ist mündlich. Und ab wann darf man die machen? Da steht im Absatz 8, das wäre der Absatz 8, im Paragrafen 4, Der Prüfungsteilnehmer darf nicht mehr als zwei dieser Prüfungen mit mangelhaft bestanden haben. Also, erstens, wenn nicht mehr als zwei Prüfungen. Nicht bestanden wurden. Das heißt also, irgendwelche Prüfungen aus diesem Kanon mehr als zwei würde bedeuten, bei drei fällt sie durch. Das heißt also, wir brauchen tatsächlich entweder immer mindestens drei bestandene Prüfungen, damit wir überhaupt zugelassen werden. Zweitens, wenn eine Prüfung nicht bestanden wird, dann darf sie nicht unter 30% liegen. Das Prüfungsergebnis Darf für die nicht bestandenen Prüfungen nicht unter 30% liegen. In dem Moment verwirkt der Prüfung das Recht auf eine mündliche Prüfung. Also, hat der Prüfling zwei Prüfungen nicht bestanden und beide liegen über 30% und unter 50% wird er zur Prüfung für beide Fächer eingeladen. Dafür einfach gilt es sowieso. Damit ist klar, wann eine mündliche Prüfung stattfinden kann und wann nicht. Wie wird die Prüfung jetzt von den Prüfungsausschüssen der DIHK durchgeführt? Wie wird die Prüfung, in Klammern, mündliche Ergänzungsprüfung durchgeführt? Wie wird die Prüfung durchgeführt? Fragezeichen Was kann der Prüfungsausschuss machen oder nicht? Erstens Die Prüfung Je Fach Dauert 20 Minuten Zweitens Der Prüfungsausschuss ist in seiner Fragestellung frei. Prüfungsausschuss ist in der Art der Fragestellung nicht gebunden. Das heißt, er kann machen, was er will. Er kann also Fragestellungen sinnhafter Natur, also ich schreibe mal hin, er kann rechnen lassen, Komma, sinnhafte Fragen stellen, Oder sonst irgendetwas. Das ist ziemlich unbefriedigend, aber so ist der Sachverhalt. Und drittens Das ist die einzige Einschränkung Der entsprechende Rahmenplan Es gilt Der Rahmenplan Der 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 Lehrziele Punkt Bis hier sind die äußeren Randbedingungen vorgegeben. Noch eine kleine Anmerkung Wie die entsprechenden zu erreichenden Punkte dann entsprechend gewichtet werden Wie berechnet sich die Punktezahl Um Die Prüfung Insgesamt Zu bestehen Fragezeichen Beispiel Doppelpunkt In irgendeinem Fach werden zum Beispiel 40% schriftlich erreicht Dann folgt daraus Dass insgesamt 10% fehlen Diese mal 2 zu nehmen wären Die erreichbare Summe wären praktisch 50% plus 2 mal die fehlenden 10% Sind dann gleich 70% Prüfungsergebnis im mündlichen. So und Das lässt sich eigentlich jetzt natürlich für jede Prüfung gleichermaßen durchführen Und ich hoffe es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht Um hier etwas Aufklärung zu erreichen Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal